Wie bitte? Ich hab Eddie erschaffen? Ich weiß, ich bin traurig bei dem Verlust von Jennifer, aber ich werde... Ich würde sie nicht kümmern, dass... Obwohl mein gefressener Körper und meine Endste auch mir hingeflossen ist. Kann ich gut machen, all wie die Weltkronen haben vermutlich zum Teil meiner Stärke wieder gelangt. Ich werde jetzt bereit, hergestellt zu werden, okay? Geht es jetzt weiter, sehr, die Frage. Muss ich jetzt doch das Finale schaffen? Okay, wir haben den gebrochenen Freddy Funko. Wie es aussieht, kommen wir dem Finale nicht mehr raus. Wir müssen es jetzt machen. Ich soll aufbrechen. Alles klar. Hi, Eddie. Oder sollte ich dich besser... ...so nennen, wie du in unserem Universum heißt? Oh. Du hast jetzt Eddie den Weg in das Herz der Schöpfung gefunden. Du wirst schnell wie möglich hinterher. Äh, soviel dazu... ... ... ... ... ... ... ... ... ...